Unsere Welt wird immer elektrifizierter, immer grüner, immer digitaler, immer bewusster, immer schneller, immer kleiner, immer visionärer. Noch nie waren unsere Ansprüche an die Energie so hoch, nie so vielfältig wie heute. Energie muss effizienter werden, günstiger, verlässlicher, nachhaltiger. Ziele, die für uns selbstverständlich sind. Realisierbar durch Kreativität und Kompetenz. Lösungen entwickelt, gefertigt, aufgebaut und gewartet von motivierten, gut ausgebildeten Mitarbeitern. Mit Engagement für die Zukunft. Wir haben den treibenden Motor für die Elektrifizierung von morgen. Die Siemens Gas- und Dampfturbinen und Generatoren bei den Mühlheim und Berlin. Die präzisen Giganten des Schwermaschinenbaus. Robust, langlebig, zuverlässig, profitabel, effizient, emissionsam. Hightech-Mechanik in Uhrmacherpräzision. Über Jahrzehnte hinweg im Einsatz. Stets begleitet durch zuverlässigen Service für den Kunden. Sachkundige Expertise, Hand in Hand mit digitalisierten Prozessen. Das macht unsere Turbinen und Generatoren leistungsstark und nahezu wartungszeitenfrei. Und ermöglicht präzise Versorgungsanpassungen in Echtzeit. Das macht unsere Produkte zum perfekten Motor der Symbiose aus fortschrittlicher, verlässlicher Energieversorgung und einem emissionsfreien, grünen Umfeld. Die treibende Kraft bei der Maximierung des Einsatzes erneuerbarer Energien. Damit die Herausforderungen der modernen Energieversorgung im Verborgenen bleiben. Für unsere immer digitalere Welt genauso wie für die, die wir grüner machen. Siemens Ingenuity for Life Das macht die Herausforderung des Einsatzes erneuerbarer Energien, und wir flotten K.. in einem neuen System. Siemens Ingenuity für die, die wir einigen.